Ich bin jetzt bei der globalen Welt, weil ich den ersten Mal auf den Markt stark gefunden habe. Ich glaube, viele Behörden haben sich dort auch darüber gesprochen und geschrieben. Erstmal ein Moment dafür, dass ich es geschafft habe. Meine Frage ist, wie hast du es angefangen mit mir, gleich angefangen? Wie hast du es angefangen mit Spaß zu spielen? Vielleicht wieder gleich anfangen. Ich habe gesteckt, dass du ein Vorbeschädigt bist und ein ... Was willst du damit aufwachsen? Hast du die ideale Sprache oder auch nicht? Bei mir war es so, dass ich mit Spanien angekommen habe. Davor hat man ... Da muss man nicht von jedem oder anderen sagen, ja, es geht doch nicht, doch nicht. Aber man sollte nicht von vorne sagen, Nein, ich wünsche mir einfach eine andere Sprache. Und wenn er mir dann erklärt, dann werde ich in jedem Sprache. Ja, genau so. Danke. Danke.